Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Tutorial von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr so ein Programm erstellen könnt, das ein Label anzeigt mit einem bestimmten Text, der dann immer in verschiedenen Farben eingeblendet wird und sieht relativ nice aus eigentlich, sozusagen nur für eine Dekoration. So, um so ein Programm herzustellen, öffnet ihr erstmal euer VB, erstellt eine neue Form und die nennen wir jetzt einfach mal Tutorial. So, dann machen wir das Ganze etwas kleiner. Dann brauchen wir ein Label. Schriftart machen wir groß, damit wir das gut sehen können. Ähm, passt schon. Dann schreiben wir jetzt hier immer einen Text rein. Made by x63 HDX. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel. So, dann brauchen wir noch einen Timer. So, erstmal Timer1.start. Wurde auch enabled gleich. True. Und dann der Timer1.start. So, so. Dim, jetzt halt irgendein Name hier, ist egal, ich nehme es einfach. Fuck as new random. Da. Dann dim r as integer gleich. Fuck. Punkt. Next. Klammer auf. 0,255. Klammer zu. Und dim b as integer gleich. Fuck. Punkt. Next. Klammer auf. 0,255. Klammer zu. Label1. For color gleich. Color. Punkt. Und from a, r, g, b. G, g, e. So. Jetzt werden wir das Ganze mal testen. Hier funktioniert sehr gut. Um jetzt hier noch die Geschwindigkeit einzustellen, müsst ihr einfach den Timer, ähm, bei Eigenschaften, den Intervall einfach höher oder tiefer stellen. Ich mache jetzt mal 20, ist relativ schnell. Das sieht dann so aus. Könnt ihr halt dementsprechend anpassen. Ich mache das jetzt mal auf ganz langsam. 250 müsste reichen. Dann sieht das Ganze so aus. Ja. Relativ nice. War nur so ein kleiner Tipp jetzt. Ja. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal dann.